Okay, VeryFast wäre ja wiederum geil. Dann tausche ich damit das Katana aus. Das will ich mir mal anschauen. Aber das, was sie gerade jetzt anhat, ist auch nicht schlecht. Ich bin ein Style-Zocker, ich schäme mich. Nee, alle sind nicht so geil, wie ich gedacht hab. Nee, irgendwie nicht so cool. Smallwoods with Critical Chance. Level 3, ja, können wir ja auswechseln aus Fun. Aus Fun. Naja. Naja. Können wir alles verkaufen. Oh, ich hab irgendwie eine Aura. Cool. Wegen ein Item hat mir eine Aura gegeben. Ich krieg mal ein ganzes Inventar hier leeren. Ich hoffe mal, ich bekomm dann genug. Ja, bekomm ich. Ich bekomm genug fürs nächste Gebiet. So, Exit. Guck mal hier. Wow, 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 wow. Unlock. Zack. 6.000 kostet das nächste Gebiet, aber ist ja auch machbar. Das ist machbar. Ah. Ah. Ah, je öfter man das spielt, glaube ich, wird das... Das ist machbar. Dann würd' ich, glaub ich, sagen, ich mach diese Mission noch. 2000 XP. Und dann... Dann beende ich das erst mal. Nach dieser Mission. Dann brauch ich ne kleine Pause. Ich trinke mal eben schnell was. Oh. Ich hab keinen Mitstreiter mitgenommen. Fuck. Fuck. Na gut, egal. Ich würd' auch gerne... Äh. Ich würd' auch gerne... Dingens... Äh, wie heißt's? Skills hochleveln, aber... Die Punkte sind hier rar gesät, was auch... Richtig ist, so. Ich mein, von irgendwas müssen die ja leben, so. Kann ja nicht alles verschenken. Ist ja schließlich ein Free-to-Play-Spiel. Dann müssen die ja... Irgendwo schon her das... Das Geld bekommen. Das ist mir wohl klar. Aber... Ja, dann wird das wohl noch ein bisschen Arbeit für mich. Das wird ein bisschen Arbeit für mich. Oh, ich hab irgend so ne komische Aura. Ich... Ich könnt' ja gleich mal gucken, woher die Aura kommt. Ich könnt's auch sein lassen. Interessiert mich eigentlich auch gar nicht so. Sieht sich cool aus. Und... Ja, das reicht ja als Info. Die Items sind echt viel wert. Also, wenn man ein ganzes Inventar voll hat mit Items, ist das schon ordentlich. Die Viecher sind hier stark. Boah, sind die viele. Alter, Falter. Alter, Falter. ja so ein bisschen so langsam liege ich mich hoch ich mache mehr schaden als ich heile mich schneller als dass sie mir schaden machen können welches die einzeln angreifen aber in der gruppe ziehen die mir mehr ab was ja auch logisch ist weil einzeln kann ich die noch so kiten beziehungsweise one hitten zu hitten ach gleich verschließe ich das ganze und muss ich da genau so ich mit fast vollem leben aus der sache rausgekommen und dafür schließe ich auch der rückweg und hätten hier jetzt muss ich dir hier einzeln schon mal schnell alle weghauen bevor es brenzlig wird bevor sie alle da sind boah ich verrückte äh übel alter alter übel ist das wenn da so viele kommen so hoffentlich bekomme ich hier was ordentliches irgendwas was dahinter versteckt ist für mich verarschen naja mission ist vorbei ich schaue mir das ganze nochmal an kein kein ganzes level ab aber immerhin immerhin so wie viel habe ich 700 punkte habe ich irgendwas was ich neu ausrüsten kann ich kann meinen das haben wir hier 900 punkte und beendet das hier erst mal ja dann bedanke ich mich fürs zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten part wieder